Wenn ein Kind schwer, ja schwerst krank ist, ist das für niemanden leicht. Nicht für den kleinen Patienten, nicht für die Eltern, nicht für die Angehörigen, nicht für die Freunde und die Bekannten. Darum ist es ungeheuer wichtig, dass wir Kinder und Jugendlichen, aber auch Eltern in einer solch schwierigen Zeit Unterstützung geben. Ihnen so gut es geht helfen und für sie da sind. Aber es geht auch darum, die Kinder und Jugendlichen bestmöglich medizinisch zu versorgen und ihre Schmerzen zu lindern. Hierfür leistet die Palliativmedizin einen unschätzbar wichtigen Beitrag. Die Arbeit in der Palliativmedizin verlangt viel ab und das Coronavirus stellt sie zusätzlich vor besondere Herausforderungen. Und auch in ihrem Hospiz wurde eine kleine Patientin positiv getestet. Sicherlich keine einfache Situation, wie ich mir vorstellen kann. Das zehnjährige Bestehen des Kinderpalliativzentrums in Datteln ist darum ein guter Anlass für mich, um Ihnen allen Danke für Ihren täglichen Einsatz zu sagen. Danke, dass Sie für die Kinder und Jugendlichen und Ihre Familien da sind, wenn Sie sie am dringendsten brauchen. Danke für Ihre Hilfe, Ihr offenes Ohr, Ihre medizinische Unterstützung. Danke für alles, was Sie tun. Und in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen und alles, alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft.